BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Jetzt wird hier die ganz, ganz große Frage. Der Torschütze zum 1 zu 0. Wie heißt denn der? Kirchitsch. Nein, er schießt und ich versuche mich sogar noch wegzudrehen. Also ich will den Schuss eigentlich gar nicht berühren. Ich dachte, er geht so rein und dann kriege ich ihn schon gegen den Arm. Aber der war angelegt. Also niemals Handspiel und dann geht er rein. Also wie da die Statuten sind, weiß ich nicht, aber Co-Production.